Hallo zusammen an alle Finanz- und Krypto-Begeisterten zum heutigen Spotlight-Update. Ja, jetzt wie versprochen jeden Donnerstag das Spotlight-Update. In dieser Tabelle seht ihr noch den Kurswert von der letzten Woche und wie sich das Portfolio bis zu dieser Woche entwickelt hat. Das schauen wir uns direkt nach dem Intro an. Ja, zuerst einmal habe ich auf Wunsch der Community die Tabelle ein wenig modifiziert und zwar seht ihr jetzt auch die Anzahl der Tokens und das, was ich investiert habe, den aktuellen Stand und auch schon, was ich an Gewinne oder eben an Token realisiert habe und zum Schluss den Prozentwert. Ein Beispiel bei Turbo zum Beispiel habe ich 249,54 Euro investiert, 3.928 Euro ist der aktuelle Kurswert und 763 Euro habe ich schon an Gewinne realisiert. Das sind nicht immer realisierte Gewinne, denn zum Beispiel bei Dorami habe ich 470 Euro investiert, hat jetzt noch einen Wert von 32 Euro. Ich habe aber auch schon, weil ich damit am Anfang ein bisschen getradet habe, 365 Euro wieder rausgenommen, also ein Invest von knapp 100 Euro. Das ist natürlich ein Minus, aber wenn man mal sieht, dass sich von 2.427 Euro Invest das Portfolio auf 7.933 Euro gesteigert hat, sollte man eigentlich ganz zufrieden damit sein. Dann blende ich euch auch mal die Umfrage ein, die ich letzte Woche gestartet habe. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich alle Spotlights, außer die jetzt natürlich im Portfolio sind, also alle Low-Cap-Spotlights swappen werde. Und die Community durfte entscheiden, in welches Spotlight ich das swappen werde. Und wie ihr sehen könnt, ja 38% das nächste Minus-Spotlight. Und dadurch, dass es jetzt in der Umfrage oder nach der Umfrage schon 2 Minus-Spotlights gegeben hat, habe ich mich dazu entschlossen, halbe-halbe zu machen und alle Spotlights eben in diese beiden Minus-Spotlights zu swappen. Wie dann da wären der Beercoin und Benzedoc. Ich werde also halbe-halbe machen. Ich denke mal, das sind so circa 100 Euro insgesamt, jeweils 50 Euro. Und dann werden wir mal schauen, wie sich die beiden Coins gegeneinander im Battle die nächsten Wochen behaupten werden. Hier sehen wir noch die ganzen Spotlights, die noch so auf meinem Account sind. Wie Radix, Lünex, Octavia oder Ergo. Alle zwischen 60 Cent und irgendwie 10 Euro wert. Ja, wobei Benzedoc und der Beercoin schon ganz gut zugelegt haben. 20% seitdem sie bei Bitpanda gelauncht sind und 50%. Aber das soll nichts heißen, ich werde jetzt anfangen zu swappen. Das sind natürlich einige Coins und deswegen werde ich jetzt auch mal den Schnellvorlauf machen. Und wir hören uns dann gleich in normaler Geschwindigkeit wieder, wenn alles geswappt ist. So, nach 20 Minuten endlich geschafft. Und wie ihr hier sehen könnt, sind jetzt 57,38 Euro im Beercoin und 56,24 Euro in Benzedoc. Diese beiden werde ich dann natürlich auch in der nächsten Woche der Tabelle hinzufügen. Ja, nun ist das Portfolio aufgeräumt. Für alles, was unter 1 Dollar war, habe ich das zu best benutzt. Also habe ich jetzt kein Spotlight mehr, was nicht wirklich auch im Portfolio ist. Ja, das war es dann auch heute schon mit dem Portfolio Update. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like. Lasst, wer möchtet, ein Abo da. Und wenn ihr natürlich Anregungen habt zu der Tabelle, was man vielleicht noch verbessern kann oder was man dazufügen kann oder ändern kann, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen und hören uns am nächsten Donnerstag. Ciao.